Der erste Schnee fiel, als sie von der Bundesstraße auf die schmale, gewundene Straße in Richtung Küste abbogen. Siehst du, Pia, wir haben doch das richtige Auto genommen. Lars Kuhn schaltete die Scheibenwischer des alten Landrovers auf die zweite Stufe. Die kurzen Wischerarme ruckten hektisch hin und her, doch die dicken Schneeflocken nahmen ihnen trotzdem beinahe die Sicht. Pia Corretti warf einen Blick nach hinten zu ihrem dreijährigen Sohn. Schade, dass Felix eingeschlafen ist. Der würde sich bestimmt über den Schnee freuen. Hat Felix überhaupt schon einmal richtig viel Schnee erlebt? Pia ließ die letzten drei Jahre Revue passieren. Nein, bisher blieb es, glaube ich, immer nur bei Schneematsch. Wie schnell die Zeit vergangen war. Pia arbeitete als Kriminalkommissarin bei der Lübecker Bezirkskriminalinspektion. Zwar mit reduzierter Stundenzahl, doch es war immer zu wenig Zeit. Die Zeit, sowohl im Beruf als auch für Felix und nicht zuletzt für ihren Freund Lars. Umso mehr freute Pia sich auf die gemeinsamen Urlaubstage am Meer. Ihr Reiseziellack an der Ostseeküste, nicht weit von Lübeck entfernt. Sie hatten nicht noch unnötig Zeit mit einer langen Anreise vergeuden wollen. Vielleicht bleibt der Schnee ja liegen. Lars steuerte sein Lieblingsgefährd mit einem zufriedenen Lächeln über die kurvige Landstraße. Er deutete über den Ersatzreifen auf der Motorhaube nach vorn. Schau mal den Himmel dort hinten an. Da kann noch einiges an Schnee runterkommen. Seine beinahe kindliche Freude über die schwierigen Straßenverhältnisse war ansteckend. Ich verstehe schon. Du möchtest endlich mal wieder deinen Allradantrieb einschalten müssen, neckte Pia ihn. Hast du denn auch alles dabei? Eine Winde und einen Spaten, um uns freizuschaufeln? Die Sandbleche und so? Er lachte auf. Klar, das wären ein paar superschöne Tage, Pia. Lars legte die Hand auf ihr Bein und drückte leicht zu. Wir lassen uns durch nichts stören, okay? Eine viertel Stunde später, nachdem sie den Küstenort Hochfeld hinter sich gelassen hatten, tauchte auf der linken Seite ein kleiner Hafen auf. Viele der Schiffe befanden sich im Winterlager und auch die grüngestrichenen Bootsschuppen sahen verwaist aus. Kurz darauf bogen sie in einen Schotterweg ein, der zu zwei reetgedeckten Bauernhäusern führte. Hinter dem flachen Dünengürtel und der Ostsee türmten sich graue Wolken. Die beiden Häuser duckten sich unter mächtigen Linden und die dazugehörigen Gärten waren von einem Lattenzaun und einer hohen Hecke eingefasst. Ihr Feriendomizil sah so urig und gemütlich aus, dass Pia den spontanen Wunsch verspürte, wirklich für ein paar Tage hier eingeschneit zu werden. Lars parkte neben dem Fachwerkhaus, in dem sie eine Ferienwohnung gemietet hatten. Den Schlüssel hatten sie in Hochfeld im Büro der Ferienhausagentur von Wiebke Schütz abgeholt. Pia schloss auf und trat mit Lars, der den schlafenden Felix auf dem Arm trug, ins Haus. Sie schaltete das Licht ein und sah sich um. Holzdielen, Sprossenfenster, offene Balken, mit kariertem Stoff bezogene Polstermöbel und ein aus Backsteinen gemauerter Kamin. Das hast du gut ausgesucht, sagte sie erfreut. Und es ist absolut ruhig hier. Wir haben endlich mal Zeit für uns. Pia sah sich in der Küche um. Sie meinte einen herausfordernden Ton in Lars letzter Bemerkung herauszuhören und lächelte. Weißt du, selbst wenn mir gleich aus diesem Backofen eine abgehackte Hand entgegenfällt, es gilt das Tatortprinzip, da wären die Kollegen aus Kiel gefordert. Du willst doch hier nicht etwa backen oder kochen, fragte Lars mit gespieltem Entsetzen. Warum nicht? Traust du mir das nicht zu? Wir haben Urlaub, sagte er. Felix blinzelte und rieb sich die Augen. Ich hab Sonnenhunger, murmelte er. Sie sahen einander an. Ich hab im Ort eben noch eine offene Pizzeria gesehen, sagte Lars. Eigentlich wollte ich mich hier heute gar nicht mehr vom Fleck rühren. Die letzten Wochen im Kommissariat waren hektisch gewesen und Pia sehnte sich danach, sich im Haus einzuigeln. Je ungemütlicher das Wetter derweil draußen war, desto besser. Vielleicht gibt es ja auch Pizza zu mitnehmen? Himmel hier, Gott, sackel Zement! Fiona Rogge blickt in ein Chaos aus wirbelnden weißen Flocken, die so dicht fielen, dass sie den vor ihr aufragenden Kirchturm der Markuskirche nicht sehen konnte, sondern gerade noch die alten Grabkreuze jenseits des Weges. Sie fluchte auf einem Kirchhof? So weit war es also schon mit ihr gekommen. Aber es war ja eine evangelische Kirche, also zählte das bei ihr vielleicht nicht. Im Gemeindehaus war gerade die Kurprobe des Markuskurs zu Ende gegangen. Fiona hat es eilig. In nur fünf Minuten war sie mit Michael verabredet. Und jetzt würde sie zu spät kommen, denn mit Schnee hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Als sie vor gut zwei Stunden vom Beninghof, auf dem sie ihr landwirtschaftliches Praktikum absolvierte, mit dem Fahrrad hier angekommen war, war es ein ganz normaler Dezembernachmittag in Norddeutschland gewesen. Feucht und grau und viel zu windig. Wo kam auf einmal der viele Schnee her? Wenn der jetzt liegen blieb und die holsteinischen Hügel plötzlich weiß wurden, würde sie bestimmt heimweh nach Bayern bekommen. Die viele Weihnachtsbeleuchtung, der man in Hochfeld und auf den umliegenden Höfen auf Schritt und Tritt begegnete, war schon schlimm genug. Fiona arbeitete und wohnte seit gut fünf Monaten auf dem Bauernhof der Familie Bening. Sie mochte Ilka und John Bening und ihre kleine Tochter Lina wirklich gern. Trotzdem quälten Fiona immer wieder Anfälle von Heimweh. Und wenn das so war, dann wollte sie am liebsten ihre Koffer packen und sofort nach Hause fahren. Es dauerte anscheinend, bis man Gleichaltrige kennenlernte, bei denen der Kontakt über ein Moin und Tschüss und Wie geht's hinausging. Und wenn dann doch mal mehr draus wurde, konnte Fiona oft nicht richtig einschätzen, ob derjenige ernst meinte, was er sagte, oder sich nur einen Spaß mit ihr erlaubte. Ironie war ja noch nie so recht ihr Ding gewesen. Außerdem war sie wohl zu schüchtern. Fiona hatte es sich einfacher vorgestellt, Kontakte zu knüpfen. Zum Beispiel sangen sie wahnsinnig gern, und das schon so lange sie denken konnte. Aber selbst im Chor fühlte sie sich nach wie vor nur wie ein gern gesehener Gast. Vielleicht lag es auch darin, dass alle außer Carola, der Tochter des Kantors, und Tobias Hollmann, dem Nachbarssohn, deutlich älter waren als sie. Doch seit ein paar Tagen gab es Anlass zur Hoffnung. Und die hieß Michael. Michael Hollmann wohnte seit kurzem auf dem Nachbarhof. Bisher hatte Fiona dort nur Hedda und Karl Hollmann sowie Heddas stieseligen Sohn Tobias angetroffen. Stieselig. Den Ausdruck hatte sie von Ilka Bening, und er passte so haargenau, als wäre er für Tobias erfunden worden. Seit sie mit ihm zusammen im Chor sang, verfolgte er sie mit seiner Aufmerksamkeit. Leider war er zu sehr von sich eingenommen, hatte Mundgeruch und schwitzte stark. Sogar im eiskalten Gemeindehaus. Michael Hollmann war Tobias Stiefbruder und ein paar Jahre älter als er. Er war erst vor einigen Wochen wieder auf den elterlichen Hof zurückgekehrt. Vorher hatte er in München gelebt. Michael musste irgendwann mal etwas Blödes angestellt haben, so wie sie alle über ihn redeten. Doch das war Fiona egal. Vielleicht waren die Leute auch nur neidisch, weil er so gut aussah, witzig und charmant war und schon etwas von der Welt gesehen hatte. Oder weil er einen alten Porsche fuhr, ergänzte sie in Gedanken. Und ausgerechnet mit ihr wollte Michael ausgehen. Fiona wischte den Schnee vom Zahlenschloss des Fahrrads und versuchte im Dämmerlicht, die richtige Zahlenkombination einzustellen. Sie hatte Michael vor ein paar Tagen in der einzigen geöffneten Kneipe von Hochfeld kennengelernt. Die Frau, mit der sie eigentlich verabredet gewesen war, war früh nach Hause gegangen, und so hatte Fiona sich irgendwann mit ihm unterhalten. Und dann hatte er sie gefragt, ob er ihr die Gegend zeigen dürfe. Fiona hatte während ihrer Zeit im Norden bisher nicht einmal Lübeck oder den Hamburger Fischmarkt gesehen. Da die Benings den kürzlich heimgekehrten Nachbarsohn anscheinend nicht mochten und die Abneigung bei seinen Eltern in Bezug auf die Benings offenbar auf Gegenseitigkeit beruhte, waren Michael und sie übereingekommen, dass er sie besser nicht direkt von zu Hause abholen sollte. Schade eigentlich. Aber Fiona wollte nicht mit den Benings diskutieren, warum sie sich ausgerechnet mit Michael Hollmann traf. Er hatte sie auch nicht vor dem Gemeindehaus treffen wollen. Zu nah an der Kirche, hatte er spöttisch gesagt. Der liebe Gott und ich sind nicht gerade so. Dabei hatte er zwei überkreuzte Finger hochgehalten. Sie würden sich hinter der Feldscheune der Benings treffen, wo niemand sie sehen konnte, und von dort aus losfahren. Fiona hob das Fahrrad aus dem Ständer und winkte Wiebke und Carola Schütz zu, die nun ebenfalls das Gemeindehaus verließen. Bei diesem Wetter würde sich die Gruppe schnell auflösen, weil alle wieder zurück auf ihr gemütliches Sofa wollten. Sie schob das Rad durch die Pforte, schloss sie gewissenhaft hinter sich und sah dann hoffnungsvoll zum Himmel. Das Schneetreiben war bestimmt gleich wieder vorbei. Auf der Straße schwang Fiona sich auf das Herrenrad, das die Benings ihr zur Verfügung gestellt hatten, und fuhr die Hauptstraße entlang durch den Ort. Am Ortsausgang trat sie kräftiger in die Pedale. Sie wollte nicht verschwitzt und außer Atem bei Michael eintreffen, aber verpassen wollte sie ihn auch nicht. Als Fiona die kleine Anhöhe hinuntersauste, schneite es immer noch. Doch zumindest der Schnee auf der Straße schmolz schon wieder weg. Rutschig war es trotzdem. Sie hörte ein metallisches Scharren, bremste ab und geriet ins Schlingern. Fiona riss den Lenker nach rechts, um nicht auf die Fahrbahn zu geraten. Sie hatte für die abrupte Lenkbewegung zu viel Schwung, und das Vorderrad stellte sich quer. »Herr, Himmel, Herrgott!«, dachte sie zum zweiten Mal an diesem Nachmittag. »Sackelzement!« Der Sturz lief wie in Zeitlupe ab. Ein filmreifer salte über den Lenker. »Abrollen!«, dachte sie noch, und landete nach einer klassischen Judo-Rolle im Straßengraben. Im ersten Moment hoffte Fiona, eh sei nichts passiert. Sie sortierte ihre Gliedmaßen aus dem Fahrradrahmen, schob das Fahrrad beiseite und rappelte sich auf. Dann kroch sie aus dem Graben hinauf auf den Fahrradweg. Ein weißer Kombi fuhr langsam an ihr vorbei. Es war schon dunkel, sie konnte die Person am Steuer nicht erkennen, aber Fiona winkte, als wäre ihr nichts geschehen. Hoffentlich hielt der Fahrer oder die Fahrerin nicht an. Der Sturz war Fiona peinlich. Sie wollte kein Aufsehen erregen. Im nächsten Moment wurden ihr die Knie weich, und sie sackte auf dem Asphalt zusammen wie eine Marionette. Ihr rechtes Knie und ihr Ellenbogen taten so fies weh, als hätte jemand mit einem Mal eine Art Schmerzregler voll aufgedreht. Entsetzt sah Fiona, wie sich in Kniehöhe auf ihrer Jeans ein Blutfleck ausbreitete. Auch ihre Hände brannten, und aus den Schrammen sickerte Blut. »Oh Gott, sie hatte doch ein Rendezvous!« Vor ihren Augen flimmerte es, die Landschaft kippte nach links, und es wurde dunkel. »Schrammen«, wie sich in Knieke verteilt wurde,